Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Es wird ernst, wir sind in der Pokémon-Liga und heute knöpfe ich mir Bruno und Agathe vor. Zuerst schaue ich mir das Team an. Benny. Also Caleb hat mit Benny begonnen, was natürlich gut ist, denn Lorelei hat auch einige Wasser-Pokémon. Ich schaue mir die Attacken an. Donnerblades, Borschnabel, Agilität brauchen wir nicht wirklich, aber... Okay. So. Was machen wir jetzt? Okay, Clurac hat einiges an Kraft verloren. Das ist logisch, denn Rosanna ist auch dabei, ist auch am Start. Und da hat er sicherlich Clurac eingesetzt, aber die kann auch Eis strahlen. So erkläre ich mir das. Buhu wurde auch eingesetzt, okay. Ich werde jetzt Terminator einsetzen. Mit dem Erdbeben können wir das Onyx von Bruno besiegen. Hätten wir auch mit Surfer machen können von Gyarados, aber ich mache es mal auf diese Weise. Wird klappen auf jeden Fall. Er hat auch ein stärkeres Onyx. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Benny, das Zapdos brauchen wir noch für Siegfried, denn Siegfried beginnt mit einem Gyarados, das wir mit Donnerblitz ganz schnell grillen können. Schließlich ist Gyarados ja Wasser und Flug. Aber ich erinnere mich, die Kampf-Pokémon von Bruno, nämlich Kikli, Nokjan und Mahomai, die haben ganz fiese Attacken drauf. Zum Beispiel Kampfattacken, da ist Donny ausgeliefert und so weiter. Aber auch, ich glaube, Felskrab war das. Eine sehr starke Felsattacke. Buhu kann das nur aushalten, aber gegen Klurak ist es echt effektiv, weil der ist flug. Genauso wie Gyarados. Das wird schwierig. Das wird sehr viel schwieriger, als ich es mir gedacht habe. Damals in Rot-Blau und Gelb war Bruno noch einfach einer der einfachsten. Aber das hat sich geändert mit Feuerrot und Blattgrün. Da wurde er mindestens... Okay, genauso stark wie die anderen. Legen wir los. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Zekonas werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Nein, lieber Bruno. Nichts und niemand kann Zekonas aufhalten. Glaub mir. Okay. Wir legen los. Onyx. Ich wähle dich. Rizoros. Terminator. Terminator. Wie auch immer. Erdbeben. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück mit dem Hornbohrer. Ich hatte ja immer Glück mit dem Hornbohrer. In der Siegelstraße in meinem letzten Part. Und da haben wir auch Onyx schon wieder kaputt gemacht. Wie erwartet. Der war Level 51 und du bist Level 54. Aber dennoch denke ich, das wollte ich mit Erdbebenblatt kriegen. Denn Boden auf Boden ist effektiv. Wie man hier sehen kann. Schön. Gleich mal zwei oder drei Pokémon aus dem Weg geräumt. Aber jetzt beginnt es erstmal so richtig. Nocchan. Wie gesagt, er hat hocheffektive Attacken drauf. Damit sollte ich nicht spaßen. Deswegen setze ich mal Hornbohrer ein. Bitte. Oh, es klappt sogar. Wir haben ihn. Es waren in der Siegelstraße sogar Nocchan und Kikli, oder? Vor allen Dingen, ich werde meine beiden Top-4-Mitglieder sehr leicht besiegen. Also sehr leicht. Ich würde es auf jeden Fall besiegen. Nur ich will nicht nur selbst meine Aufgaben erfüllen. Ich will auch Domi ein intaktes Team hinterlassen. Was machst du? Effektiv. Schade. Ja. So schnell kann es gehen. Jetzt werden wir mal schauen, was wir gegen Kikli machen. Natürlich haben wir bestimmt genug Beleber dabei. Wehe, wenn nicht. Stoney ist gegen Bruno ganz aufgeschmissen. Ein Normal-Pokémon gegen Kampf-Pokémon. Nicht gut. Keine gute Idee. Buhu kann er noch am meisten ausrichten. Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich Psychokinese einsetze und Kikli nicht ganz besiegt ist, dann ist er im roten Bereich. Entweder besiegt oder roter Bereich. Wenn er im roten Bereich ist, wird Bruno eine Top-Genesung einsetzen. Das macht die Sache umso schwieriger. Ich könnte mit Spukball anfangen, ihn nur halb verletzen und dadurch dann mit Psychokinese ihn besiegen. Das wäre viel einfacher. Aber ich gehe mal auf volles Risiko und schaue, ob er sich von der Psychokinese in den Knie zwingen lässt. Ah. Der gelbe Bereich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da Bruno ein Dings einsetzen wird. Ich setze auf jeden Fall nochmal... Ja. Das war klar. Das war genau das, was ich gemeint hatte. Und ich setze auch noch wieder Psychokinese ein, um denselben Fehler zu machen. Weil ich glaube, die Top-4 setzen die Items auch mehrmals ein. Aber das hat gar nicht so viele. Komm, alles weiter drauf. Da haben wir dich auch. Aber ich glaube, Masho Mai wird das Ganze überleben. Die Psychokinese noch besser, sodass keine... Masho Mai wird es so überleben, dass eine Psychokinese ihn nicht in den Bereich bringt, wo Bruno eine Top-Genesung einsetzt. Ich glaube nicht. Spezialverteidigung sinkt. Schau, was das soll? Frage ich mich. Initiative sinkt stark. Das ist natürlich schade. Und eine Bäre setzt da ein. Das ist beides nicht schön. Überhaupt hätte man unserem Pokémon auch Items geben können. Und wenn es nur Bären sind. War das effektiv? Ach, was frage ich überhaupt. Das ist nicht so effektiv. Aber es war ein Volltreffer. Das ist Pech. Das ist Pech. Eisstrahl. Ich bin mir nicht sicher, ob Eis auf... Oder wir benutzen einfach Surfer. Wir haben ja auch den Bedroher auf unserer Seite. Drachentanz? Okay. Setz Surfer ein aus dem Grunde, weil es eben Stab ist. Danke, du hast es geschafft, Herr Pinakos. Ich bin stolz auf dich. Schön. Gute Sache. Level ab. Sehr schön. Cool. Den haben wir besiegt. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Okay. Heilen. Was haben wir denn so alles Schönes dabei? Schauen wir mal. Irgendwas, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Fluchtzeil, Gelbe Flüte, Sternstück, Äther, Mondstein, Nugget, Hypertrank, X-Angriff, Auf Wecker, Abwehr, Top Eter, AP Plus. Ähm, X-Tempo, Versteigt und nicht in Tacken, nur leider kann Gyarados bis eben nicht mehr kann wilde Pokémon abhalten. Okay. Ähm, drei Top Leber, Top Tränke, das sind eigentlich mehr als genug Tränke und Dingsbums. Super Trank haben wir auch noch, Hyper Eile haben wir mehr als genug. Eisen. Warum geben wir es nicht? Irgendeinem. Ja, dann gibt es doch einen anderen. Komm. Gibt es Rizurus? Ist doch scheiße. Einfach verpowern. Statt nichts zu machen, einfach verpowern. Vor Angriffs Plus. Achso. Kann man wollen. Jetzt haben wir doch keinen Bock mehr. Haha. Äh, Beleber. Moment mal, Beleber. Da haben wir 27. Beleber. Ja, das dürfte dann ausreichen. Ich will Domi auch überraschen mit einem absolut intakten Team. Es soll nicht ja alles tot haben, ja. Tote Hose ist nicht. Ich habe irgendwo Super Tränke gesehen. Ich werde jetzt erstmal die kleinen Tränke verpfeffern. Superschutz? Nee, Super Trank. Zwei Super Tränke. Wie verpfeifen die? 50? Moment. Das wird dann optimal für dich eigentlich. Ja, perfekt. Zwei Super Tränke und Rizurus ist wieder auf dem Damm. Okay. Und ich habe noch was Einzelnes gesehen. Moment. Ein Hyper Trank. Den gebe ich Buhu. Klurak? Nicht. Äh, machen wir dann nach Agathe. Übrigens, Agathe oder Agatha? Ich kann mich erinnern, dass irgendwo was falsch war. Ich glaube allerdings, es war nur die Komplettlösung, die offizielle von Pokémon Rot, Blau und Gelb. Denn da stand es glaube ich falsch drin. Aber ich werde gleich sehen, was jetzt richtig ist. Agathe oder Agatha. Bin mir da nie so sicher. Mit wem wollen wir denn anfangen überhaupt? Ähm, eigentlich würde ich Terminator ja bevorzugen. In der ersten Generation auf jeden Fall. Weil der mit Erdbeben, Nebulak, Alpollo, Gengar alle fertig macht. Aber in der dritten Generation ist es nicht mehr der Fall. Da haben die Pokémon Schwebe. Sogar Gengar hat Schwebe, obwohl der ja gar nicht schwebt. Ne? Kann ich auch nochmal zeigen hier. Irgendwo. Fähigkeit Schwebe. Kein Treffer für Bodenattacken. Ja, damals war es noch effektiv. Ich glaube, Nebulak, Gengar und Alpollo sind sogar Geistgift, ne? Und Gift ist effektiv. Also, äh, Boden ist effektiv auf Gift und damit könnten wir mit Erdbeben in der ersten Generation zumindest alles rocken. Hör mir schon an wie Caleb. So, ähm, was machen wir denn am besten? Buhu, ne? Ich würde schon sagen, ne? Stoney, Stoney, du bist mir eigentlich gar keine Hilfe. Weder für Kampf-Pokémon noch für Dings-Pokémon. Und das ganze Abenteuer ist so schwer zu trainieren gewesen. Für was bist du eigentlich da? Oder Benni? Ne, Benni, hängen wir uns auf für das Charitas von Siegfried. Jetzt erst mal Eichs alte Affäre. Ich bin Agathe aus der aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich Eich sehr für Dich interessiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Aber das ist ja zehn Jahre her. Jetzt ist er nur noch ein Charitas meiner Soaps. Heute kümmert er sich nur noch um sein Pokédex. Und Viagra hilft auch nicht mehr. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Sekunas, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Ja, wie man 1800 noch was gekämpft hat, das kannst du mir zeigen. Ich zeige dir, wie man im Jahre 2000, ja, im 21. Jahrhundert kämpft. Gengar gegen Gengar. Männlich gegen Weiblich. Äh, Psycho-Chinese. Das ist effektiv und genau deswegen hatte ich es drauf abgesehen. Wirst du ihn erledigen? Sehr schön. Was hatten die noch für Pokémon gehabt? Die kann ja nicht nur Geister-Pokémon gehabt haben, weil es vor allen Dingen in der ersten Generation okay, nur drei Geister-Pokémon gab, nämlich Nebulak, Alpollo und Gengar. Ach, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Was wünscht nicht? Ah, Spukball, die wird Top-Genesung einsetzen, man kennt das. Also setzen wir erstmal Spukball ein, das wird ihnen nicht ganz, pff, höchstens die Hälfte und dann wie gesagt jetzt Psycho-Chinese hinterher und wir haben auch Golbert. Golbert ist ja kein Gegner. Golbert ist überall in den Höhlen und so. Aber man muss schon sagen, Buhu mit einem deutlichen Leveler bislang, ne? Also EP in der Liga, das ist schon beachtlich. Der ist eigentlich schon ziemlich der, äh, coolste. Gutes Moveset und haut rein mit der Psycho-Chinese, bei der wir damals einen ganz schönen Aufstand gemacht haben. Level 58. Arbok. Ach, den hätten wir jetzt mit, oh, jetzt hab ich's verneint. Da hätten wir Terminator mal ranlassen können und zumindest Arbok mit Erdbeben ganz schön halt auch sehen lassen. Haben wir jetzt aber nicht. Donnerblitz. Na ja, gut. Und? Ach, das kann noch nicht wahr sein. Da setzen sie wieder Top-Chinesen ein. Ich kenn das doch. Ah, zur Abwechslung mal Donnerblitz. Gefolgt von der Psycho-Chinese. Also die Pokémon-Liga wird kein Problem. Ich werde auch, ihr seht schon, ich, äh, kann auch Pokémon spielen, ja, ihr seht schon, ich, ähm, kann auch ein bisschen was. Wenn ich mich anstrenge. Wurde ja oft kritisiert. Du denkst dich nach, du bist so dumm, du kannst es nicht. Ich hab vielleicht nicht immer Lust, hier alles pixelgenau zu nehmen. Äh, jetzt ist die Schwierigkeit, Zeit, dass wir keine Psycho-Chinese mehr haben. keine AP. Das ist aber schön. Welche Alternativen haben wir denn? Stony fällt raus. Äh, Zapdos fällt raus. Du kannst, du kannst Stein. Geht Stein, Geht Stein, Hage? Geht Stein auf Geist? Geht das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Aber ich geh einfach jetzt mal davon aus, dass es nicht geht. Ja, so oder so sollten wir Psycho-Chinese wieder Dings geben. Also, 10 Punkte. Also ein Äther für Psycho-Chinese. Jetzt musst du. Ja, das solltest du doch schaffen, oder? Hey, der gleiche Level fällt mir gerade auf. Oh, das ist sehr effektiv. Oh, oh, schön. Wollen wir es probieren? Mit Stein Hagel. Wir sind leveltechnisch unterlegen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Stein Hagel effektiv war oder nicht. Auf jeden Fall trifft es. Ist nicht sonderlich mehr effektiv und es ist gut, dass du eine Beere nimmst. Weil wenn du jetzt keine Beere genommen hättest, ich hätte schwören können, das wäre eine Top-Genesung gewesen. Aber so nicht. Ähm, damit bist du down. Und wir haben Agathe besiegt. Agathe, die auch wirklich Agathe heißt und nicht Agata. Das habe ich irgendwo anders aufgeschnappt. Level-Up für dich, ich bin stolz auf dich. Schön. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Irgendwie hat dich Winkly Kong eine andere Stimme gegeben. Dann machen wir jetzt die Winkly Kong Stimme. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. So, Moment, erstmal Heilaktion. Ja, das wäre es auch von mir gewesen. Soweit, die Zeit ist rum und ja, wir haben nur einen, der down ist. Haben wir den? Wir haben ja Top-Leber. Dann machen wir nicht lang rum. Einen Top-Leber verbrat ich für Boohoo. Der war mir ja in diesem Part, in diesen zwei satten Kämpfen eine große Hilfe. Haben wir denn noch? Ne, andere Tränke haben wir nicht mehr. Wir haben immer noch alle 20 Top-Genesungen. Also, was rummachen. Dommy wird sich umgucken. Der denkt sich nur, da ist ihm ein halbtotes Team. Nein. Stattdessen sind alle Top-Fit. Schön, oder? Da soll er sich doch mal freuen, oder? Da soll er sich doch mal freuen, dass alle super drauf sind. Ich werde jetzt Benni an erster Stelle setzen, damit er weiß, dass er, ja, so weit würde er auch selbst denken können, Benni erst mal verbraten für Garados und, für das Garados von Siegfried und anschließend halt die anderen einsetzen. Und ich glaube, ja, Benni, ja, hatte nur ein kurzes Vergnügen in diesem Freegetter. Dass ich das noch erleben darf. Klurak mit dem niedrigsten Level. Man hätte ja andere Items noch. Naja, egal. Das klappt ja alles wunderbar. Soll ich mal es umstellen? Soll ich mal einen Rahmen umstellen? Mal sehen, ob die was merken. Ich re... Das Retro merkt er auf jeden Fall. Ich muss ja irgendwas einfallen lassen. Ich hätte auch mit toten Pokémon... Ja, das ist die Rahmen. Sollen wir das mal machen, Leute? Ach komm, machen wir das und mal sehen, vielleicht merkt das und vielleicht nicht. Einfach nur zum... Können wir schon durchgehen? Wir können ja durchgehen, oder? Ja. Okay. Schön. Diesen Weg geht Sekonas automatisch. Damit habe ich nichts zu tun. Da hieß es damals immer, oh, da liegen die fetten Items, Leute, da liegt gar nichts. Das ist einfach nur zu... Showzwecken. So. Zwischen 6 Drachen 10 wird jetzt gleich die große Schlacht beginnen. Gegen den letzten der Top 4 und es ist ja kein Spoiler, das Spiel ist uralt. Danach kommt noch der Rivale Google und das wird nicht einfach, aber das Team ist topfit. Das wird Domi überraschen und ich würde sagen, ja, Leute, bis zum nächsten Part nicht verpassen. Bis dann und ciao. Wir sehen uns wieder nach der Pokémon Liga.